Alma. Wirklich sonderbar. Da geht man eines Abends ins Bett und wenn man erwacht... Hallo Brian, wie geht's dir? ...ist nichts mehr, wie es war. Brian ist jetzt nicht mehr allein. Als ob da ein völlig fremder Mensch vor dir steht. Er ist irgendwie nicht mehr derselbe. Alma ist da. Ich kann sogar Wärme sehen. Jede Temperatur... Niemand kann sich ihm entziehen. Wovon redet ihr eigentlich? Ich hab niemanden umgebracht. Er taucht überall dort auf. Warum tust du das? Wo man ihn am wenigsten erwacht. Hey, was soll das? Und er ist sehr... Warum sagst du mir nicht einfach, was los ist? Sehr... Was ist das? ...hungrig. Schießt! Das kann so nicht weitergehen. Jedenfalls ohne mich, hörst du? Du hast es immer noch nicht begriffen. Du gehörst mir. Ich hau ab. Je eher, desto besser. Geh doch. Du hättest dich wohl für sehr clever. Lass mich doch in Ruhe. Also gut, wenn du mich nicht zu dir lässt, hol ich dich zu mir. Das Grauen hat einen neuen Namen. Elba.